Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagen heizt und beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 54 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 625 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017